Mit Wokaroo lässt sich sehr einfach eine Audioaufnahme erzeugen. Du gibst die Adresse ein und schon ist es bereit. Mit einem Klick auf Record wirst du gefragt, ob du den Zugriff aufs Mikrofon zulassen möchtest. Das machen wir und sogleich beginnt es. 1, 2, 1, 2. Mit einem Klick auf Stopp ist es schon fertig und ich kann es hören. 1, 2, 1, 2. Und wenn du nicht zufrieden bist, so kannst du einen erneuten Versuch starten. Falls die Aufnahme aber in Ordnung ist, so klickst du auf Click here to save. Und du hast ganz verschiedene Möglichkeiten. Du kannst die Datei herunterladen im MP3-Format. Und sie liegt nachher im Downloads-Ordner. Eine weitere Möglichkeit ist, sie irgend in einer sozialen Plattform zu veröffentlichen. Das machen wir nicht. Eine weitere Möglichkeit ist der Versand per Mail. Beziehungsweise was ich häufiger brauche. Ich kopiere diesen Link und den verschicke ich per Mail. Wenn der Empfänger diese Datei dann in einem Browser öffnet. 1, 2, 1, 2. So wird sie automatisch abgespielt. Tja, so einfach ist das. Eureise. Tja, so einfach ist das. Tja, jak will ihr Gib 테abel sein?